damit er funktioniert und das schmeckt sehr gut das schmeckt sehr gut michael ist das laut gerade und du bist gerade noch mal neu oder hier war der warte gewesen das ist immer noch wasser nein was ist denn da los was ist denn er bei dir anders ich mache ich mache immer mal schilder jetzt mal komplett aus wenn sie bei mir nicht geht dann heißt es nicht ganz ehrlich richtig nicht anziehst wirst du nicht sehen was passiert es ist auch da wenn ich meine schilder ausmache ich habe schon diamanten aus flimm kommen auch diamanten raus ok das heißt für eine alte version hergestellt ja das ist das ja das sollst du ignorieren oder soll ich das default also ich habe quasi den copper legacy pack ich habe den programmer art dann ressources mod ressources und default so mehr habe ich halt nicht drin und in twilight classic das war's jetzt mal hier aus unserer illustrieren runde kennt jemand von euch lief und saftiges gnu ist ja ja ich stand heute neben den beiden und ich habe die nicht erkannt schande auf dein haupt da waren da waren so zwei menschen die wurden immer angelabert die damit habe ich so gesagt so müssen doch bekannte sein wenn die immer angelabert werden jetzt sich da vorhin bei gamescom in the story bei quadré wieder gepostet hat da rief und saftiges gnu alles klar ich habe das jetzt bekannt alt ist das jetzt blöd wenn ich sage ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm ich finde das jetzt auch nicht schlimm ich schon ich meine ich kenne die ich kenne die ja so ne aber ich verfolge jetzt zwar nicht so aber ich habe mir gedacht die gesichter die kennst du auch aber ich konnte nicht zuordnen alles gut ja ich habe das komplett im modpack neu installieren ich habe zu repariert gehabt kann doch nicht sein dass du und dass das blut dass es die selben probleme habt das ist schon wieder ich werde wieder von zwei vögeln angegriffen ja wir müssen schlafen gehen ich habe kein bett ich verstecke mich hinter malen sieben aber ich muss ich muss auch noch rauskriegen wie ich das mit dem server ändern kann dass wir dann den tag nacht zyklus anders haben also dass wir das mit dem schlafen dass irgendwie nur einer schlafen muss und dass das dann reicht oder so das muss ich mal auch bitte bitte selbst vorher ja ja natürlich nein wir fangen alle noch mal bei null an du mich auch ja jetzt wissen wir ja wie es geht jetzt ist ja ich sie nein trotzdem werden jetzt drei stunden verloren ja das ist das doch dass wir das ist jetzt quasi dass das trainingsprogramm ich gebe dir gleich trainingsprogramm aber da kann es aber laufen ganz schnell das klingt nicht gut ich glaube ich habe gerade den fehler bei mir gefunden ich habe es installiert es hat aber das update nicht ich werde dir komplett auseinandergekommen von den viechern du spielst du noch auf der 102? das könnte es wirklich sein äh loot spielst du auch noch auf der 102? auf was spiele ich? welche version hast du von dem spiel weil du ja auch die grafikfehler hast? äh keine ahnung weiß ich nicht ich muss erst mal gucken dass ich hier nicht mehr angegriffen werde weil ich bin gleich tot ja bitte stirb nicht du hast nichts vom leben wenn du tot bist au ok was auch immer ich hier laber das ist riesiger dünnpfiff was ich hier laber ja also wenn ein welcher ankratsche will ich auch nicht aber ich hätte natürlich wäre cool gewesen wenn ich äh gewusst hätte wer da neben mir läuft ja also ich sehe auch gerade er installiert mir jetzt auch gerade 60 mods mehr als davor wo sehe ich welche version ich habe äh im launcher warte wieso geht denn das jetzt nicht eben 1.02 ja hab ich ja dann ja dann einmal ablehnen bitte ok dann ist das dein problem ne ja mach die tot tu die mal weg machen tun du dann haben wir das gefunden ok nice ähm ja vorsichtig ist das lava der boden ist lava der boden ist lava das ist nicht gut ne hau ihn weg äh bin ich doch drei man vier ja komm lass abhauen hier scheiß auf die ey ich komm ich wohne einfach bei dir jetzt ey komm ich wohne jetzt bei dir so und wie benutze ich jetzt den cobble äh stone generator kiste drauf stellen nur ne kiste drauf stellen ja ja wer wollte sie ach schröchen so das heißt du musst jetzt dann boah blöde sau wieso gehst du nicht wirst du dich verarschen ich freu mich schon auf ein lagersystem ja darfst du außer in der business area da darfst du nicht filmen und streamen aber sonst äh darfst du das ich war heute bei so vielen leuten im stream die einfach an mir vorbeigelaufen sind überall reingewunken nur die business area ist da no go ist ja auch okay kann ich mir auch gut vorstellen dass da wirst du auch deine ruhe haben weil du wirst ja da wirklich ja geschäfte machen und halt richtig irgendwelche werbe geschichten ich muss das dann trotzdem noch mit dem hammer abbauen eben nochmal um da gravel und so draus zu machen richtig ja nice guck mal hier riecht was da so ich hab dir auch mal ein bedroom hingestellt ja boah das ist voll nett von dir vielen dank dann können wir jetzt ja alle schlafen gehen ja warte ich muss kurz da hinlaufen warte 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 kommst du nicht ich krieg erstmal ein schlückchen mhm chill du kommst klar ich bin im bett alles klar perfekt einer fehlt wer fehlt ach chillt ja wahrscheinlich noch kein bett oh ja richtig nee fühl ich okay ja warte hm okay jetzt ist es raus mhm und wieder alle hinlegen wir schaffen es das erste mal dass wir alle schlafen Kinder das wisst ihr ne ja reicht das wenn ich das ähm gleich update oder sollte ich das sofort updaten äh sehr gut du musst ja dann erstmal mit den jetzt halt du musst dann halt mit den mit den mit den grafikfehler erstmal leben ne ja ich hab ja so keine äh versuch mal ein crucible hinzustellen so ich will die mill haben da ist die millstone so äh genau ich wollte nicht fernern und andesit und andesit casing ist ach das war das ok dann brauche ich ein oak lock muss den einmal hinstellen einmal wird der ax draufschlagen dann ist es ein stript oak lock mhm mhm wat willst du denn jetzt strippen ja das willst du nicht dass ich strippe das hab ich denn eigentlich gerade für die musik nein das war wirklich nicht mhm oh god moment ich muss jetzt hier mal äh moment ich muss aber zugeben ich werde zu langsam tatsächlich schon wieder müde was äh ja also spätestens mitternacht schlafe ich ja auch immer also affen immer schlafen schlafen wird überbewertet schlaf ist luxus und luxus kann ich mir nicht leisten richtig ähm ich muss mir den luxus nehmen weil ähm für studium muss ich hellwach sein da bist du der erste studium ich hab noch nie von irgendeinem studenten gehört wollte ich gerade sagen also ich kenne auch ein paar studenten das hat mir noch nie einer gesagt ich muss wach sein ich äh duales studium ja also ich bin angestellt ja ich ich hab verpflichtungen aha äh weißt du alle so voll ungläubig ist in Ordnung erzähl du mal pass schon ne ja ich kann mir schon vorstellen wenn er bei seinem chef ist und so ne in der firma ist das dann schon hart wenn er da ja klar ich hab da auch nur einen scherz gemacht ist doch alles nur scherz man wer das jetzt hier ernst nimmt der soll sofort gehen ja ich auch tschüss auf wiedersehen so alle weg tschüss ja miche da waren so viele die einfach mit irgendwelchen vorblicken kack kennys gestreamt haben da war einer gewesen heute nur ein einziger der hatte so ein streaming rucksack aufgabe au der soll cool sein der streaming rucksack der war richtig cool ey aber ich meine da brauchst du halt aber auch dann entsprechenden datentarif auf der mobilfunkkarte ne da kommst du mit so einem 5 gigabyte kommst du da nicht weit also bei mir bei meinem vertrag kann ich für 4,99 kann ich für 24 stunden unendlich Highspeedvolumen zubuchen oh ja ok ich erfolge auch einen Streamer der geht immer angeln das ist dann natürlich dann mit 300 MBV der geht immer angeln und der hat unendlich datenvolumen ja ja gut das ist dann 89 Euro oder was das heißt ja weiss ich mich in Deutschland doch 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 G99 kann ich das für 24 stunden aktivieren und dann können wir zum Beispiel morgen komplett äh aber morgen möchte ich meine Ruhe haben und in Ruhe gucken und so ach spiel bitte nee wirklich willst du mich verarschen spiel wieso? ja morgen geht das was geht morgen? warum sehe ich da jetzt grad so einen roten ach so das ist die Lava von Popochia ok der macht jetzt diesen Lava Trick korrekt was für ein Lava Trick der macht sich jetzt einen ganz dicken Schlong nach unten mit Lava oh der macht sich einen Schlong mhm eieieiei packt der Andy sein Schlong aus ach was wollte ich jetzt machen facken Fernandes wollte ich machen deswegen hört das dann Stream aus nee weil eigentlich wollte ich schon nicht mehr da sein wie du wolltest nicht mehr bei uns sein das 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 finden wir alle nicht okay aber nein du musst ja morgen früh wieder früh raus ja gut ich muss morgen auch um acht raus um acht um sechs klingelt mein Wecker um acht da bin ich schon drei Stunden auf Arbeit um sechs klingelt mein Wecker auch um acht da bin ich schon drei Stunden auf Arbeit wenn ich Glück habe kriege ich heute Nacht drei Stunden Schlaf also von daher ja gut ok weil meine Kleine die ist im Moment ein bisschen unruhig nachts ok das ist nochmal was anderes natürlich was war denn das war da Sonntag Sonntag habe ich bis halb zwei gestreamt 20 vor zwei wo die Kleine wach hat dann bis glaube ich bis Viertel nach vier Party gemacht und dann konnte ich nochmal zwei drei Stunden pennen mhm dann sei doch froh dass du überhaupt zwei Stunden gepennt hast ja auf jeden Fall besser zwei Stunden als gar nicht so Opelix dann komm mal zu mir dann zeig dir wie ich das meine äh ja warte dann äh ich äh ich ich lauf mal ich nutze das mal meine Rechte aus ach Janni da waren wieder die Brücken gebaut ach ja genau jetzt kommt wieder die Brücken ja komm gut ok ihr habt ja ihr habt ja recht ihr habt ja recht ihr habt ja die Brücken gebaut ne was baust du denn ab im Bunker was was wer baut nen Bunker äh hier da ist hier da ist da ist ganz klar er ist wieder da ist er wieder er ist wieder da er ist wieder da tschüss was musst du denn da unten ich baue das ja gleich wieder ab ich will halt äh gleich ordentlich sieben da ich sehe ich sehe Wasser bei dir da runter ne warte mal das ist 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 äh Schildja ähm ja Moment ich muss jetzt mal hier kurz äh noch nennen Schildja ich baue mal eine Insel zu dir rüber äh eine Brücke welche du äh für das nehmen welche es bessere Auflösung hat ok Problem ist ihr werdet dann wahrscheinlich ich habe gerade keine Fackeln dabei ihr müsst ihr dann hier bitte Fackeln setzen weil ansonsten laufen euch dann immer die Zombies überweg ich bin mal gerade frech ja mhm ach du bist gerade mal frech ja bist mal fresh ich bin fresh 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 exciting fresh die dum 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 noch irgendwas oh das war auch noch wenn der Spinat fertig ist ach ich warte hier einfach bis dein Spinat fertig ist ja kannst mal warten du wartest bis dein Spinat fertig ist ich warte bis dein Spinat fertig ist so nennt man das also heute ja Schildja du siehst das doch bestimmt von da drüben wie weit ist meine Lava schon runter ziemlich weit runter ähm ich habe keine Steine mehr doch ähm ähm ich schicke mal was rein ähm ähm oh Gott aber ähm 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 was ja mhm ok wo schickst du denn welche Sachen rein? bei Medien äh guten Tag guten Tag hey moin äh ich sehe da hat jemand sein dein Wasser vergrößert doch raus ja naja nicht gut hier hopala das bin ja zu mhm möchtest du einen Pool bauen? ich glaube jetzt ist mein Ding zu weit geupdatet also ich hab ich hab immer überlegt auf meinem Onlyfans Account noch äh Hotchop anzubieten deswegen hab ich's jetzt achso oh oh aha hallo schmeiß dich ins Wasser komm mhm ich muss gehen ja bitte geh 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 das äh das ist zu viel was hier ich 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 baue mal jetzt ja noch eine Brücke mal da rüber zu zu Poporea gell tschüss 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 und muss da nach drüben nicht auch noch eine Brücke hin sag ich grad ich weiß eigentlich wie schade es wäre wenn man nicht trinkt und runterfällt oder da ja das äh weiß ich wie schade das wäre wenn man weil wenn man was trinken muss und dabei runterfällt weil man die Schifftaste loslassen müsste mhm ja Mensch ja äh du siehst du siehst Gründe ne du siehst auch wenn's nur die Abgründe sind ja hä Abgründe was sind denn Abgründe ich kenne keine Abgründe aber du bist grade mitten in einem drin ja ach so wird langsam auch übrigens wieder dunkel ja ich bin jetzt unterwegs Poporea ich komm fast ich bin gleich bei dir mhm ja ja alles gut mhm ich hoffe ich hab genug Steine mit hm so wo hab ich denn jetzt nochmal meinen Ofen gestellt das ist der scheiß Ofen weg das ist der scheiß Ofen weg das ist der scheiß Ofen weg oh ich hab doch gar keinen gebaut ach so ja aber ja aber was machen wir jetzt mit Coils Problemen wenn ich das nochmal so anstrengen darf ja Coil hat doch jetzt das Modpack neu installiert das tut jetzt nicht ja das hat er doch jetzt reingeschmissen sorry das hab ich nicht gehört was hast du für ein Problem komm mal bei Medien rein äh warte 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 boah ich hab mal rausgetappert ich will aufgucken äh äh hä wie es aussieht hat der jetzt in der Zeit wenn wir jetzt am Spielen waren nochmal ein Update gemacht dann geh mal auf die äh und zwar wenn du in den Launcher reingehst kannst du ja kannst du ja in die quasi in die ATM7 Version reingehen und dann gibt es bei den drei Punkten Change Version mhm nö doch 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 ich kann spielen ich kann das Serverpack runterladen ich kann die Modwebseite angucken und ich kann das Modpack linken ja und du hast doch dann rechts neben rechts ist so ein großes Play dann hast du das Download Server Pack mhm und dann hast du drei senkrechte Punkte genau genau und das sind diese vier Punkte drin die ich dir gerade verließe tschüss tschüss bei mir nicht welche Version habt ihr jetzt genau also im Moment sind wir auf der 1.03 ich bin auf der 1.02 Ich bin auf der 1.18.2 Nein, das ist die Spielversion Pass auf, Vorsicht Oh, Vorsicht ist geboten Geh nochmal ganz kurz in die Mod In deine Mod-Übersicht rein Warte, ich muss das anmachen, ich hab's ausgemacht Und tschüss Na, hau rein, ciao Ciao, tschüss, wer geht? Tschüss, ja Ich hör nur tschüss Ja, auch hier Also ATM-Steam und dann 1.18.2, kommt da auch Okay, pass auf Ich teile mal ganz kurz mein Ich teile mal ganz kurz mein Screen hier Bildschirm übertragen Den brauche ich Nein, warte, zurück Da muss ich aber gucken, wenn Opelix seine Pornos zeigt Was, hab ich nicht gesagt, nein Hat keiner gehört, nein Du müsstest jetzt bei mir In dem Bildschirm bin ich drin So Genau Oh Dann gehst du hier Klickst du einfach nur auf das Icon Dann kommst du in diesen Bildschirm Vergiss es, ich war auf dem falschen Ding Ich war noch bei Browse Mod Packs, deswegen So, und da ist Change Version, genau Genau Und da müsstest du mal gucken, dass du dann auf die 1.3 wechselst 1.0.3 Darf ich, äh, mal kurz was fragen, wo ich, äh, Eisen herkriege Es musst du 7 durch, ähm Dingsi, 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 dingsi Ja, und die Flint Smash Ist bei mir 1 Ja, genau, genau Ich hab 0 Punkt Okay, dann, äh, oh, wir sollen starten gehen Was, 1.0.0 hast du genommen? Also Flint Smash, und was soll ich dann da reinmachen? Ich hab kein 1 Punkt Ich hab 0 Punkt Nee, äh, äh, Waffle Hä? Ah, Kies, okay Warte, warte, warte Jetzt mach ich kurz mit dem Bildschirm drangen an Okay, warte Ja Kies herstellen Aber hier den Bruchstein Dann machen wir daraus mal Kies Aber hier, wenn ich jetzt auf das Kätzlein, du bist auf dem falschen Das All the Mods 7, nicht All the Mods to the Sky Ah, siehste, guck mal Dann kann ich auch lang versuchen zu connecten, okay Oh, okay Ich, ich, ich wiederhole, ich wiederhole meine Frage nochmal Hast du auch das richtige Modpack? Nein, Dennis Ich guck mal eben, ob ich im Discord gemutet bin Ach nee, guck mal, ich bin ja nicht gemutet Da ist die 6 Da ist die 7 Sagen wir so, ich hatte gestern das gleiche Problem Und dann hab ich entdeckt, dass ich auch das falsche Modpack hab Deswegen wusste ich es Das erklärt jetzt aber auch, warum er mich gefragt hat, ob ich in Server ich connecten will Und er mir dann sagt, ich hätte keinen Server verbunden Hm, ja Ja So, wenn du jetzt dann nämlich mal runter guckst Weißt du? Mhm Siehst ja Dann geht da nachher ans Unten Der Kackstift Genau, und dann machst du hier einfach Bub Und dann Bub Und dann siehst du, guck mal da Und jetzt hast du dann Steine bis nachher ans Unten Ah Du bist so ein Fuchs Und dann bastelst du bloß ganz, ganz viele Leitern Mhm Und dann kannst du da runter bauen Das ist, äh, ja, ich bin einfach zu doof Ich hab das jetzt wohl was gemacht, aber manchmal zu blöd Aber egal, danke dir Fünf Dafür hast du jetzt, äh, eine Brücke zu, äh, zu Chiltia rüber Ja, mein ist viel schöner Was ist das denn für einer? Ah, er hat meine Schuffelpups hier entdeckt Nee, bei Chiltia ist auch einer Ja, was meinst du, wo ich die her habe? Chiltia müsste doch bei mir wohnen Also, als Nachbar Äh, nee, Chiltia wohnt neben Poporea Achso, okay, oh Hat er doch nicht geklaut Taro Hi Ich hab nicht gesagt geklaut, ich sag der entdeckt Aha Hey, Chiltia, du Arsch Schon viel weiter So, dann machen wir nochmal halt Schon Iron Furnaces Aber da bin ich ja jetzt auch Ich, ja Wir machen, ich mach mir jetzt fast einen halben Steck Eisen Ja, geil Was? Ja, ich, ich hab halt, ähm, acht Stecks Mein Freund Ich hab halt acht Stecks, äh, ähm, Cravel durchgesiebt Ah, ja, okay Gibt's hier Stress? Braucht ihr den Mod? Gibt's hier Stress? Was? Er macht Stress Nicht hier in meiner Schicht Wieso solltest es hier Stress geben? Ich wüsste nicht, was er auch gibt Ja, auf den Poporea und so Lass uns die Mords wieder einschreiten und euch timeouten Du hast mich gerade ein bisschen zur Seite geschoben, Obelix Hupsi Passiert So, was haben wir denn jetzt hier? Okay So Hi Drachen, was kann ich nicht tun? Mitfühl gegen unter dich Was? Ach, da war Iron Warum hab ich hier Keine Lara mehr drin? Das weiß ich nicht Hat jemand meine Lara gestohlen? Ich weiß nicht mal, wo deine Insel ist Das ist ein guter Grund Ähm, hattest du die Lava eben, äh, in der Tasche? Und bist du eventuell irgendwo runtergefallen? Nein, ich hatte sie in meiner Coussible Äh, äh, ja Ich hatte also, ich hatte meine Lava noch gar nicht rausgeholt Okay, also gestaut hab ich die nicht Das glaub ich dir Ah, scheißen Dreck, wie geht das jetzt wieder hier? Oh Gott Was hab ich eigentlich davon? Was hab ich eigentlich davon, wenn ich dann Lava schmelzen kann in dem Crucible? Wofür brauch ich die? Da kannst du dann zum Beispiel Lava Ich hab dir den Cobblestone-Generator Na, und du kannst dir dann, äh, Lava-Generatoren bauen Sprich, dann kannst du Strom daraus machen Ja Das seh ich ein, weil was soll ich mit dem Cobblestone-Generator, wenn ich den, äh, First-Gen-Ding da schon hab? Der macht mir doch Cobblestone-Generator Achso, nee, das mein ich ja mit Cobblestone-Generator Achso Du kannst dann die nächstschnellere noch machen Ja, das ist richtig Wie weit bin ich noch gar nicht Schneller? Was brauch ich denn schneller? So Ja Ich hab 29 Eisen jetzt 29 Kannst du mir 29 Eisen leihen? Äh, nee, das, das kann ich jetzt leider nicht Ne, 27 würden auch gehen Ah, gibt's das andere Das sind die beiden anderen noch Die noch fehlen Äh, Chiltia, bist du auch am Stream? Oder sowas? Und nimmst du auf? Nee Gar nicht Gott sei Dank können wir jetzt fluchen Okay Ähm, nee, ich, ich bin noch am Stream Und ab, ab Naja, nein, es geht, es geht, es geht nur darum, dass ich hier niemanden vergesse Warum ist denn das? Also, das heißt, bei mir, bei mir, bei mir darf man fluchen, oder was? Bei mir gehört Fluchen zum Programm Das ist bei mir Standard Ja, gut, okay Das ist das eine, aber Ich verstehe dein Problem nicht Nee, alles gut Aber ich fand's halt ein bisschen komisch, dass, äh Dass ihr Alle anderen fragt, nur mich nicht Also Ich hab dich, ich hab dich aber mit dabei, schon Du bist schon in, äh, in der, in der Liste mit drin Ja, gut Ich hab dich, ich hab dich gefragt Ich hab dich, ich hab dich gedacht, Mensch Hab ich ja keine Deutschschule wieder Alles gut, alles gut, alles gut Alles gut, alles gut Das Grab weg ist jetzt unten, oder? So, ähm Genau 29 Eisen Gut Ich brauch noch ein bisschen Kohle Dann Was ist jetzt The next Was hast du da, was Was, für was hast du denn jetzt bitte den Erfolg gekriegt? Wer? Was für den Erfolg? Du, du hast hier den Kamm gekriegt Ich bin gestorben Und ich hab jetzt Alles klar Ist mal gestorben? Ja, ja Ja, ja Bei einem runterbauen Achso So, Koi Sag mir bitte, dass es jetzt bei dir alles so aussieht, wie es aussehen soll Wenn's mich reinlässt, sag ich dir Bescheid Keep fingers crossing Yo, ich auch Komm mal zu dir Ja, der große Bescheid Jawoll Perfekt Voll geil Sterben belohnt werden Ja, das ist ja irgendwie ein ganz komisches Modpack Was, wie Sehr nice Sehr nice Sehr nice Sehr nice Was, wie, wer, wo, was, warum Ja, das ist die große Frage, ne? Warte mal Theoretisch Guck, guck Reintür Guck, guck Guck Und die reg mal aus Guck, guck Guck, guck Guck, guck Guck, guck, guck Guck, 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 guck Guck, 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 guck Guck, 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 guck Guck, 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 guck Ich bin gar nicht bekloppt Nein, nein, nein Ich bin voll Voll normal Stone to ice Das ist Upgrade Okay So Okay Dann Cool Generator Oh, durch das Craften ist jetzt Ah, ne, meine Einbarn sind gar nicht weg Ne, passt, passt, passt Blue Die Mach mir jetzt nicht Angst, dass noch mehr was passiert mit den Modpicks hier, ne? Ich krieg hier schon, ich krieg Schweiß Abgesehen davon, dass in meinem Zimmer hier schon wieder 800 Grad sind gefühlt Ja So, Holz, Glas, gut, ich muss jetzt noch mal in Laber warten Er und sein Holz, er und sein Holz Holz, hier Holz, hier Holz Mein Holz Gold Okay Oh, oh Oh, 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 oh Ist das ein, oh, oh, oder ist das ein, oh, oh Oh, oh Was los, was passiert? Ich weiß nicht, auf einmal brennt meine Hütte hier Oh, oh Hast du Lava in der Nähe stehen? Natürlich